Servus Freunde und Willkommen zu einem neuen Let's Play hier, der Fuchs wieder für euch am Start mit Metro Exodus und ja wir haben ja jetzt den Mechaniker gefunden, haben auch schon unsere ersten Sachen hier gepimpt und weiter. Viel Spaß! Nimm zum Beispiel diese hässlichen Mutanten von vorhin. Was passiert? Speisenbahnen. So. Archer, Sam, bei mir! Bitte melden! Anna ist weg! Irgendwelche Ideen? Weiß jemand irgendwas? Sie wollte sich die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte sie hätte da etwas gesehen. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin! Reist euch zusammen! Leute, wir laufen vielleicht keine NATO-Druppen mehr rum. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Haufen Touristen verhalten könnt! Miller, Ende und aus! Erstmal sicher ans andere Flussufer gekommen! Können wir gleich weiterreden! So, lass mich gucken! Doch, wir haben ja noch mal! Doch, wir haben ja noch mal! Ich hab da extra bisschen hergeschafft! Wir haben ja noch mal! Wir haben ja noch mal! Wir haben ja noch mal! Oh, nee! Ey, raus! Gucken jetzt auch noch! Gibt's ja nicht! Oh, mein Gott! Oh, egal! Der Pfeil zeigt mir das! echt pack'n lle, aber das ist kein gutes Zeichen! Was machst du hier? Und konnte dich nicht verlassen. Hier liegen lassen? Was machst du hier? Was machst du hier? atom gelagert war oder irgendein mist was alter wunder dass ich hier da bilden leuchtene pilze okay mitzirma Ja, ich aufstehe. Ja, ich aufstehe. Ah, ja. Ah, ja. Schlagen? Wird schlagen. Alter, ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. Hilfe. Hilfe. Ich habe noch nicht mal ein Messer oder irgendwas. Alter, es ist alles voll hier. Das ist alles voll hier. Geist. Ja. Keine Ahnung, wo ich hin muss, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Weißt du, die lassen einfach einen hier unten stehen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie ich dieses scheiß Messer benutze. Guck mal, alle Waffen sind leer. Nichts. Ich habe absolut nichts. Ich habe keine Ahnung. 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 Ich habe keine Ahnung, wo ich das mache. Ja, ich schaue das gerade jetzt mal. Nein. rufmesser gut wir müssen leider unterbrechen ich muss erstmal klar kommen was ich überhaupt machen muss mit null munition mit gar nichts ich bin richtig am arsch trotzdem danke ich herzlich fürs zuschauen wenn es dir trotzdem gefallen hat dann würde ich mich über den daumen freuen und wenn du doch wissen willst wie es dann bei metro weitergeht dann sehen wir uns einfach beim nächsten let's play bis dann euer folks ciao